Stehe aufrecht auf deiner Matte, stehe gut geärbt, spüre nochmal die Füße nahm, beuge leicht deine Linie, richte dich aufschaffen, länge in deinem Oberkrieg, atme, genieße, vielleicht nochmal in dir, spüre, noch so ein Bauchatmen, tief ein und entspannen. Atme rein, bestimmte schöne Arme, bleib im Blick, fett vor dem Körper, deck er gestern Abend und wieder hier vorne. Letztendlich einatmen, aus, das ist nochmal hier, närmst du den Kreis vor, jetzt haben wir die Fäden einfach im Schultergedenkelsatz, nur mit dem rechten Arm, und jetzt spiegeln. Und links, und das noch einmal, zwei, aus, wir drücken sich die Rippen und alles da nochmal mit in den Längen. Und dann bleib rechts oben, zieh dich auf die Seite, auf den Rippen und wieder rücken. Zieh dich noch ein bisschen schräg und hoch und zieh dich noch ein bisschen mehr auf die Seite und wir wechseln. Atme ein, zieh dich nur nach oben, zieh dich so ein klein bisschen über die Arme. Und jetzt zieh dich noch mehr aus der Seite, schräg dich nochmal und zieh. Roll im Wechsel deine Schulter. Geh jetzt ein bisschen mehr in die Knie, also ein klein wenig lang. Wenn du jetzt hier, lass mal den Arm, stell dir vor, hier ist Luftwürfel. Und dann hebst du ein bisschen mehr die Ellenbogen, wie bei der Marilette, am Ellenbogen mit dem Faden hochbezogen. Stell dir einfach vor, der Unterarm hängt, dass der Unterarm hängt. Dann streiche an der Stirn vorbei, jetzt wird der Unterarm wieder aktiv mit. Und dann kommen noch größere Kreise. Bleibe wieder, denk vor, komm, bleib erst mal mit vor, aber denk an eine Leinwand, so einfach. Guck mal, wo unten ist das Auge vorm Körper oder bist du vielleicht schon hinter dem Körper. Da gehen wir jetzt gleich hin und jetzt drehst du aber den ganzen Rücken mit. Schau dir der Seite noch einmal nach und Ende da. Und rolle. Bau dir immer noch eine gewisse Länge auf. Versucht hier Stabilität zu haben und weniger sexy, sondern straight. Straight, up, rein. Dann komm in ein leichtes Gehen. Tipp die Fußspinze. Jetzt machen wir schon nach. Tolle Arme. Und das Holzbusseverhandeln. Ja. Jetzt setzt du die Hacke ab. Wieder die Fingerspitzen. Wieder die Spitze. Jetzt änderst du. Der Arm geht nach vorne. Und du tippst genauso die Fingerspitzen wie die Fußspinze. Jetzt kommt die Hacke und wir gehen die Fingerspitzen. Eine Simulation. Die Hacke nach oben. Vier mal die Spitze. Vier. Drei. Zwei. Und vier mal die Hacke. Spitze. Vier. Zwei. Hacke. Jetzt reduzieren wir das ab. Zwei. Spitze. Spitze. Hacke. Hacke. Spitze. Spitze. Hacke. 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 Spitze. Hacke. Ohne Arme. Spitze. Spitze. Hacke. Gleiches drücken wir das ab. Zwei. Hacke. Jetzt nehmen wir gleich die Hände wieder dazu. Aber genau umgekehrt zu den Füßen. Ja. Wenn du jetzt Spitzen machst, musst du die Fingerspitzen nach oben machen und den anderen nach unten. Nein. Das ist eine Anstörung. here. Dein Fingling. Menschen. Tun Sie. Nur dich auch. Also, wir probieren lassen. Verschiere locker, dann weißt du, was du vielleicht zu Hause einmal hübsst. Kreise deine Handgelenke, wie ein Flamenco-Tänzer, wenn du sie wieder oben und zieh sie mit den Fäusten wieder runter. Atme dabei fließen und in den Fäusten ziehst du sie wieder runter. Einmal mehr. Hebe die Knie. Sammle hier wieder den Atmen. Und jetzt führe nach unten. Das sind welche Züge. Versuche unten zu bleiben. Und marschiere. Öffne die Füße. Schau mal, dass ihr der Mathe mit eurer Kante so einigermaßen herkommt. Und bleib schnell. Geh nach unten. Und nach die Wirbelsäule mit dem Weg. Einatmen und ausatmen. Und dann lasst du die Atmung mal zu integrieren. Ein. Und ausatmen. Noch einmal. Schöne Runde ein. Hebe in der Ausatmung. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Versuch jetzt, dich schön festzumachen. Den Bauchnabend schon mal einziehen. Heben. Und dann lass die Arme hängen. Dein Rücken dreht. Der ist ganz nah. Und jetzt stell dir vor, das ist Wäsche. Und du willst sie ins Wasser, in den Bottich eintauchen. Ganz locker. Spür die Kraft im Rücken. Halte den Raum. Und hier. Und jetzt lässt du alles locker hängen. Den Kopf alles entspannen. Dann schüttel einmal alles aus. Und rollen hoch. Und Kopf ab. Nackt ein wenig aus.